Blindenleitsystem im Kunstdruck Zentraltheater. Das ist der Haupteingang unseres Theaters. Dieser ist nur zu Kassenöffnungszeiten Montag 16.30 bis 18.30 Uhr und Donnerstag 11.30 bis 14.00 Uhr und an den Spieltagen geöffnet. Die Kassenöffnungszeiten, unsere Adresse und die Adresse der Homepage befinden sich in Breillet-Schrift direkt auf dem Kassenöffnungszeitschild. Dieses hängt im Eingangsbereich an der rechten Wand neben der Treppe. Unter diesem Schild befindet sich unser taktiles Programm. Hier finden Sie alle Veranstaltungen unseres Theaters, welche für Menschen mit Sehschädigung geeignet sind. Um in das Theater zu gelangen, müssen drei Treppenstufen überwunden werden. Die erste und die letzte Stufe sind mit einer kontrastreichen Signallinie markiert. Die Blindenleitlinien beginnen am Haupteingang und ziehen sich durch das ganze Theater. Der Leitstreifen beginnt direkt hinter der Tür des Theaters. Die Aufmerksamkeitsfelder leiten Sie direkt zu unserer Kasse. Unsere Mitarbeiter können Sie ab hier sehen und werden Sie gegebenenfalls ansprechen. Zu unseren Kassenöffnungszeiten ist unsere Kasse nicht besetzt. Am Ende unserer Aufmerksamkeitsfelder befindet sich auf Hüfthöhe eine Ablage, auf der eine Klingel vorhanden ist. Bitte klingeln Sie, damit der Mitarbeiter zu Ihnen kommt. Sobald der Einlass bei einer Vorstellung beginnt, führen Sie unsere Blindenlinien durch eine Doppeltür. Hier ist schwarzer Teppichboden verlegt. Die sich darauf befindlichen Blindenleitlinien sind weiß. Nach circa zwei Metern erreichen Sie das nächste Aufmerksamkeitsfeld. Um in den Theatersaal zu gelangen, müssen Sie sich nun nach rechts wenden. Die Treppe umfasst sieben Stufen. Die erste und letzte Treppenstufe sind wieder mit Signallinien gekennzeichnet. Die Treppen sind 1,5 Meter breit und haben auf der linken und rechten Seite einen Handlauf. Mithilfe der Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe waren wir sehgeschädigte Menschen vor der ersten Stufe. Die Blindenleitlinien führen Sie nun in den Theatersaal. Der Boden ist hier leicht abschüssig. Wenn Sie den Blindenleitlinien weiter folgen, gelangen Sie zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Nach circa vier Metern erreichen Sie das Aufmerksamkeitsfeld. Bitte wenden Sie sich dann nach rechts. Die Plätze rechts neben der Blindenleitlinie sind extra für blinde Menschen vorgesehen. Menschen mit eingeschränkter Sehschädigung können natürlich auch weiter vorne sitzen. Dafür wenden Sie sich nach rechts, um zur Bar zu gelangen. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen ab hier gerne weiter. Sprechen Sie bitte unsere Barmitarbeiter an, falls Sie auf die Toilette müssen. Aufgrund des Denkmalschutzes befinden sich diese in der benachbarten Kneipe Krokodil und sind deshalb nicht barrierefrei. Für interessierte, sehende Menschen folgen nun Nahaufnahmen der Blindenleitlinien. Hier sieht man den deutlichen Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Leitstreifen. Hier noch einmal die unterschiedlichen Felder klar abgebildet. Auf der linken Seite ein helles Aufmerksamkeitsfeld und auf der rechten Seite dunkle Leitstreifen. Falls Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zur taktilen Barrierefreiheit im Kunstdruck Zentraltheater haben, können Sie sich gerne unter julia.rohn.de melden.